Hallo und herzlich Willkommen zu JJ Fireworks. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute gibt es auch was Cooles zu sehen, nämlich gab es beim Aldi jetzt einen Flyer mit den Fireworks Artikeln, die da demnächst zu kaufen sind, also ab dem 29.12.2016. Ja, der ist schon seit ein paar Tagen da, ich habe auch schon ein Video gedreht, jedoch habe ich das wieder verworfen, da ist es irgendwie zu, ich weiß nicht, das war zu unstrukturiert, ich habe nochmal ein bisschen Struktur reingebracht. Hier links sehen wir einmal diesen aktuellen Flyer von den Artikeln, die es gibt, die es geben wird, hier und hier rechts sehen wir einen Flyer von 2015 auf 2016, das heißt wir haben eine Vergleichsmöglichkeit, wie damals die Artikel waren, da, hier von 2017. So, da wollen wir mal gucken, wenn wir hier drüber gucken, das machen wir jetzt auf jeden Fall mal, sehen wir hier ein paar neue Artikel, King and Queen, Swords of Fire, Magic, Sky, Magma Monster, diesmal alle vier Varianten, Screaming Grizzly, Wolf Bludge, Guardian, Mystic Moments und so weiter, ich scroll mal kurz hier durch. Wie auffällt, haben die halt viele Namen geändert, zum Beispiel das hier, kennt ja jeder, war früher die Palermo, vorher, ich gucke mal kurz rüber, hier, die Fontäne, heißt es aber Merlin. Die haben insgesamt viele Dinge übernommen, so mittelalterliche und Fantasy Namen gegeben, wie zum Beispiel Lancelot, Avalon, Braveheart, Witchcraft und sowas. Ja, jetzt haben wir hier ein paar Sachen, nämlich gab, gibt es insgesamt ein paar Artikel, die geblieben sind, zum Beispiel die Magic Sky, die hießen vorher Las Vegas, dann, äh, hier sind ein paar Vulkane dazugekommen, Wolf Blatt war vorher die Toronto, ähm, Parsiwall war vorher, boah, kurz gucken, ja, das steht da links, das steht da links auf jeden Fall neben, was es vorher war. Die Merlin war vorher, wie gesagt, die Palermo, das Big Ben war vorher das Hunan, Sundercube waren vorher, ähm, die Taipei, so. Excalibur blieb, ist Excalibur, mein Gott, ist Excalibur geblieben, Camelot war früher das Sortiment Berlin. Ähm, Golden Kingdom war vorher das Chicago, äh, hier, das Ironheart war vorher Lisbon, das Lancelot war vorher Rio, und solche Dinge halt. Kann man hier mal durchgucken, hier rechts steht immer die Namen neben, Ivanhall ist Sydney gewesen, und so weiter. Spannend sind aber die neuen Artikel, hier, King & Queen, 36 Schuss und 2er Batteriesortiment für 30 Euro, sieht ganz interessant aus, Swords of Fire sieht auch nicht, auch nicht gerade schlecht aus, ich glaube, das hole ich mir sogar. Ähm, kurz fokussieren, ne, will das gerade nicht. So. Was gibt's hier noch so Neues? Das Guardian, oder die Guardian, Mystic Moments ist auch neu, ein paar Dinge sind natürlich weggefallen, aber naja, was soll man machen, ne? Auf jeden Fall haben die viele Neuheiten mit eingebracht, Witchcraft auch, also viele Batterien halt. Das hier sieht ganz interessant, noch diese Raketen hier, hab ich so auch noch nicht gesehen, find ich cool. Ja. Also, hier sieht man halt die Sachen, ähm, keine Sorge, die ganz coolen Teile, die es früher, die es vorher immer schon gab, wie zum Beispiel die Reno heißt jetzt Artus, also die gibt's also immer noch. Gute Sache auf jeden Fall, ja. Ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Überblick bekommen, ich, ich geh mal kurz hier über die alten Sachen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt mal so einen kleinen Überblick bekommen, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass es die Artikel jetzt schon zu sehen gibt, die es bald, äh, bei Aldi geben wird. Finde ich super cool, hier nochmal ein Überblick. Und ich freue mich total auf die ganzen Neuheiten, ich glaube, das King & Queen hole ich mir, da bin ich mir sogar relativ sicher, das sieht echt mega geil aus. Ähm, naja gut. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, ich hoffe, ich konnte eure Vorfreude nochmal steigern, es werden demnächst auf jeden Fall noch weitere Prospekt-Videos folgen, wenn ich halt richtige Prospekte per Ant habe. Und, ähm, ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß, habt gute Vorfreude und bis später, ciao.